Brennende Haut Viele Menschen haben mysteriöse brennende Haut, wo ihre Haut sich so anfühlt, als stünde sie in Flammen, aber sie haben keine Eczeme, Psoriasis oder irgendeine Art von Dermatitis oder Hautausschlag. Natürlich ist es so, dass viele Menschen mit Eczem oder Psoriasis dadurch auch brennende Haut haben, aber das ist eine andere Situation. Ich rede darüber, wenn es diese Diagnose nicht gibt. Es ist einfach ein rätselhaftes Brennen der Haut, das sich heiß anfühlt und als ob die Haut in Flammen steht. Es könnte an den Armen sein oder an den Beinen und es hindert den Menschen daran zu schlafen. Aber sie können keine Antworten bekommen. Was ist das also? Periphere Nerven sind verantwortlich, aber das ist als Antwort nicht genug. Also selbst wenn ein Arzt sagt, es sind diese Nerven hier unter der Haut, die das machen, das ist trotzdem noch keine Antwort. Diese Nerven sind entzündet. Wir haben also eine Entzündung der Nerven, die in und um die Haut sind und diese Nerven sind vergiftet mit verschiedenen Dingen. Und viele Menschen, die Probleme mit brennender Haut haben, haben auch toxische Schwermetalle in ihrem System. Sie haben zu viel Aluminium, sie haben Quecksilber von Thunfisch und anderen Fischen. Sie haben auch verschiedene andere Gifte, wie zum Beispiel Schwermetalle aus Parfums, Duftkerzen und verschiedenen Nahrungsmitteln, die sie über die Jahre gegessen haben. Zum Beispiel Fast Food und verarbeitete Lebensmittel, die einen hohen Gehalt an Schwermetallen haben. Jedes Nahrungsmittel enthält Metalle. Außerdem gibt es Situationen, bei denen Viren beteiligt sind. Menschen haben zum Beispiel Herpes Zoster. Das ist ein Virus, der ein Gift freisetzen kann, auf das die peripheren Nerven empfindlich sind. Und durch dieses Gift entzünden sie sich. Wenn Menschen Herpes Fieberbläschen bekommen, die durch Simplex 1 verursacht werden, auch das ist ein Virus, der brennende Haut verursachen kann. Im Bereich des Nackens, an der Seite des Gesichts, dem Kopf oder anderen Stellen. Ebenso kann Herpes Zoster diese brennende Haut, wie eben schon erwähnt, an verschiedenen Stellen verursachen. Auch dann, wenn kein Ausschlag oder Pusteln sichtbar sind und der Arzt nicht weiß, warum Deine Haut brennt. Trotzdem haben wir diese Erreger wie Herpes Zoster in unserem System, in unserem Körper. Epstein-Barr ist ein weiterer Virus, der in unserem Körper sitzt und viele verschiedene Gifte produziert. Diese Gifte machen Nerven hypersensibel, überempfindlich. Und dann spielt noch eine Rolle, welche anderen Toxine im Körper sind. Außerdem essen wir dann noch viele Nahrungsmittel, die ihren Beitrag zu diesem Symptom leisten. Eier, Butter, Milchprodukte, Gluten. Diese Dinge tragen auch zu diesen Empfindungen von brennender Haut bei, die die Menschen an Schlaf und Erholung hindern. Ja, das war ein Video auf TikTok von Anthony William veröffentlicht am 06.06.2022. Ich erinnere mich noch gut, wie vor einiger Zeit ein NAS-Familienmitglied mir von seiner juckenden Haut erzählte. Es ist ja ein etwas anderes Symptom, aber hat eben ähnliche Ursachen. Also in meinem Kopf ging es gleich, Herpes-Zoster-Gürtel-Rose-Virus. Und ich habe dann gesagt, ja, was hat denn der Arzt gesagt? Weil ich schon gewusst habe, mit meinem Ansatz, das stößt er einfach nicht auf offene Ohren. Und er hat mir dann erzählt, ja, der Arzt hat gesagt, das ist Altersjuck. Und ich habe das einfach so stehen lassen, weil ich hatte früher schon mal Versuche gemacht und es hat einfach nichts gebracht. Aber ich habe mir gedacht, wie, was mit unseren Gehirnen einfach passiert ist, wie unglaublich im Gehirn gewaschen wir sind, dass wir sowas als Antwort akzeptieren. Altersjuck. Unglaublich. Also ich meine, erstens werden ja irgendwie andere Menschen auch alt, die das nicht bekommen. Und außerdem ist das ja auch keine Erklärung. Und dieses Familienmitglied ist ein intelligenter Mensch. Aber diese Autorität, die da den Ärzten zugesprochen wird und die wir einfach nicht hinterfragen, das ist wirklich fast wie eine Gehirnwäsche. Und leider sind da viele Antworten alles andere als befriedigend und wir sollten anfangen, das zu hinterfragen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald.